Jasons Mutter Jasons Wut wollte Jasons mit ihm kämpfen, doch Pelias machte mit ihm einen Deal und schickte ihn los, um das goldene Vlies zu holen, das er für sich selbst haben wollte. Jasons versammelte eine Gruppe von Helden und Heldinnen um sich, genannt die Agonauten, mit denen er nach Kolchis segelte. Dort warteten schon die Hexe Medea, ihr Vater und ihr hinterlistiger Bruder auf sie, die verhindern wollten, dass Jasons und seine Gefährten an das Vlies kamen. Ach, soweit kanntet ihr die Geschichte schon? Dann glaubt mir, dass ihr das Ganze bei uns in einer Version erleben werdet, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Berliner Stage Company präsentiert in einer weiteren Deutschland-Premiere Jasons und die Agonauten, ein göttliches neues Musical. Vom 21. bis 24. September im Atze Musiktheater.